Mit dieser Serie werde ich Sie überraschen. Ich zeige Ihnen, wie man ganz ohne Stress mit leichter Hand tolle Gerichte kocht. Klasse, schön zart. Ob Anfänger oder geübter Koch, ich gebe Ihnen Tricks und Rezepte an die Hand, die Sie zum Meister in der Küche machen. So drüber klappen. Ich bin seit 25 Jahren Profikoch. Wie soll's werden? Rare, Medium? Mir haben die besten Köche der Welt ihre Geheimnisse verraten und ich Ihnen. Ich habe Rezepte ausgewählt, für die Sie problemlos die Zutaten bekommen und die man leicht nachkochen kann. Ich nehme sie an die Hand, es wird immer besser. Und zeige Ihnen, wie man Fleisch verfeinert, Desserts zaubert und selbst Festtagsgerichte auf den Tisch bringt. Mehr Kochkurs brauchen Sie nicht. Willkommen bei Ultimativ Kochen. Ich habe jede Menge Küchentipps für Sie und 100 tolle Rezepte. Diesmal der Backkurs für Fortgeschrittene. Hat man beim Backen die Grundtechniken verinnerlicht, fängt der Spaß so richtig an. Ob man mit Mürbeteig experimentiert oder mit Blätterteig. Mit ein bisschen Übung gelingen Ihnen die tollsten Sachen. Für mein erstes Gericht brauchen wir buttrigen Mürbeteig. Der ist die Basis für eine Quiche mit Lauch und Pancetta. Mürbeteig ist vielseitig verwendbar. Zugleich ist er der einfachste Teig überhaupt. Wer den beherrscht, für den eröffnet sich in der Küche eine ganz neue Welt. Wir nehmen ein Sieb. Mürbeteig macht Satz, denn er enthält viel Fett. Wir sieben 200 Gramm Mehl in eine Schüssel. Eine ordentliche Prise Salz dazu. Und 200 Gramm Butter. Die sollte weder hart noch zu weich sein, sonst verbindet sie sich nicht richtig mit dem Mehl. Mit den Händen locker durchmischen. Und jetzt mit den Fingern die Butter ins Mehl kneten. Eine halbe Minute. Und das sieht aus wie Streusel für Streuselkuchen. Ein paar Esslöffel Wasser dazu. Aber Vorsicht, der Teig darf nicht zu feucht sein. Dann wird's kein richtiger Teig mehr. Hier hier ist aber eher noch etwas zu trocken. Also noch einen Schuss Wasser dazu. Fühlt sich schon ganz gut an. Das ist das Ziel. Eine schöne, feste Teigkugel. Aufs Backbrett damit. Und nun arbeiten wir mit unseren Handballen. Damit kann man ordentlich Druck machen. Teig umklappen und kräftig flach drücken. Immer so weitermachen, bis sich der Teig ganz gleichmäßig anfühlt. In Frischhaltefolie wickeln. Der Teig kommt für 20 Minuten in den Kühlschrank. Diese Ruhezeit ist sehr wichtig. Die Quiche kann man in einer speziellen Backform machen. Ich dagegen bevorzuge kleine Pfannen dafür. Das gibt Ihnen beim Servieren so einen rustikalen Charme. Gründlich mit Öl auspinseln, damit der Teig nicht haften bleibt. Sobald der Teig wieder Zimmertemperatur hat, schön gleichmäßig ausrollen. In die Mitte der Pfanne legen und sie damit auskleiden. Dafür nicht die Finger benutzen, um keine Löcher in den Teig zu stoßen. Mit einem Stück Teig gelingt das viel besser. Ich lasse den Teig über die Kante hängen. So kann ich die Pfanne später bis zum Rand füllen. Wir backen den Teig erstmal blind. Blind backen bedeutet, ihn ohne Füllung zu backen, damit er knusprig bleibt und nicht von der Füllung durchweicht wird. Sorgfältig mit Aluminiumfolie oder Backpapier auskleiden. Nun beschweren. Dafür eignen sich Reiskörner, Hülsenfrüchte oder spezielle Backsteine. In den Ofen damit. Zehn Minuten bei 200 Grad. Jetzt kommt die Füllung. Ich mache eine klassische Quiche mit Lauch und Speck. Ich habe hier Pancetta. Pancetta ist Bauchspeck aus Italien. Oft wird sie gewürzt, etwa mit Wacholder, Muskat oder Fenchel. Man kann ersatzweise auch normalen Speck nehmen. Sobald die Pancetta knusprig wird, kommt feingeschnittener Lauch dazu. Lauch und Speck sind eine tolle Mischung. Den Lauch unbedingt weich werden lassen. So habe ich mir das vorgestellt. Der Lauch ist dem Schweinefett schön braun und leicht knusprig geworden. Mit dem Sieb werden wir überschüssiges Fett los. Wenn man ein paar Esslöffel Sahne zu den Eiern gibt, wird es etwas gehaltvoller. Das optimale Verhältnis ist zwei Drittel Lauchspeckmischung zu einem Drittel Eimasse. Salzen und Pfeffern. Ich reibe da noch etwas Gruyère rein. Der Käse macht alles sarniger. Die Quiche schmeckt dann weniger nach Ei. Nun kommt die wunderbare Lauchspeckmischung dazu. Schön unterrühren. Für etwas Frische sorgt jetzt noch glatte Petersilie. Wichtig! Zwischendurch mal probieren. Die Füllung ist fertig. Kümmern wir uns wieder um den Teig. Wir entfernen die Alufolie und stellen die Pfanne ein zweites Mal in den Ofen, damit der Teig knusprig braun wird. Vor dem Füllen noch mal gut durchmischen. Nun reiben wir ordentlich Käse darüber, der Billet beim Überbacken eine leckere Kruste. Und in den Ofen. Die Quiche braucht noch einmal 15 bis 20 Minuten. Was für ein herrlicher Duft. Aber eine gute Quiche steht und fällt mit dem Teig. Mürbeteig ist echt der Hammer. Es gibt unendlich viele leckere Backrezepte. Ich werde Ihnen die Qual der Wahl mal etwas erleichtern. Mit drei Rezepten, die jedem auf Anhieb gelingen. Nummer eins, Schokotarts für Genießer. Wir fangen an, indem wir weiche Butter und Zucker schaumig schlagen. Ein Ei aufschlagen und unterrühren. Dann geben wir das Mehl dazu. Die Mischung kommt auf ein bemehrtes Backbrett. So können wir bequem alles zu einem Teig kneten. Wir formen eine Teigkugel und lassen sie ruhen. Etwas später rollen wir den Teig so dünn wie ein Euro-Stück aus. Runde Teigstücke ausschneiden und die Tartförmchen damit auskleiden. Solche mit herausnehmbarem Boden sind am besten. Mit der Gabel den Teigboden durchlöchern, damit er keine Blasen wirft. Und nochmal in den Kühlschrank rein. Nun backen, bis der Teig goldbraun ist. Während die Förmchen abkühlen, machen wir die zartschmelzende Schokoladenfüllung. Dazu kommt eine Schüssel auf einen Topf mit kochendem Wasser, als einfaches Wasserbad. Dann geben wir Sahne, Butter und Schokolade hinein. Rühren, bis sich alles schön verbunden hat. Diese Mischung gießen wir nun in die Förmchen. Am Ende die Förmchen vorsichtig auf die Tischplatte schlagen, um die Luftblasen zu entfernen. Und in den Kühlschrank damit. Eine wunderbare Leckerei, die schnell gemacht ist und jeden begeistert. Man kann sie einfach so genießen, mit Crème fraîche oder Eiscreme. Mein nächstes Gericht hat Anklänge an einen Klassiker aus Südamerika. Empanadas mit Rindfleisch. Zunächst schneiden wir Zwiebeln und Knoblauch klein. In einer Pfanne mit Olivenöl schwitzen wir alles an, bis es gar ist. Nun kommen Paprika und Zimt dazu. Außerdem Kreuzkümmel. Schön umrühren und braten lassen. So entfalten die Gewürze ihren vollen Geschmack. Jetzt kommt Rindergehacktes in die Pfanne. Bräunen lassen, salzen und pfeffern. Für etwas Schärfe geben wir Chiliflocken dazu und getrockneten Oregano. Außerdem gehackte grüne Oliven sowie gekochte, gehackte Eier. Nachdem alles gut durchmischt ist, abkühlen lassen. Für die Blätterteighülle könnte man den Teig natürlich selbst machen, aber das ist extrem aufwendig. Sogar ich nehme dafür lieber Fertigteig. Runde Teigstücke ausschneiden und die Füllung auf eine Seite geben. Dabei einen Rand von etwa einem Zentimeter stehen lassen. Den pinselt man mit Eimasse ein, bevor man die andere Teighälfte darüber klappt. Den Rand mit den Fingern sorgfältig zusammendrücken. Im Ofen goldbraun backen. Super schnell gemacht, einfach und absolut lecker. Dazu passt Chimischuri, eine pikante Kräutersalze aus Südamerika. So lässt sich im Handumdrehen jede Heißhungerattacke besiegen. Mein nächstes Gericht mit einer besonders dünnen Art von Blätterteig habe ich der nordafrikanischen Küche entliehen. Marokkanische Hühnchenbastilla. Zunächst schneidet man Zwiebeln und Ingwer klein und schwitzt beides in Olivenöl an. Dazu geben wir gemahlenen Zimt und eine Prise Zucker für die feine Süße. Salzen und Pfeffern. Wir würfeln gegarte Hühnerbeine und geben sie mit in die Pfanne. Dazu kommt Hühnerbrühe. Leicht köcheln lassen. Nun kommen verquirlte Eier hinzu, die dicken die Soße an. Zum Schluss geben wir gehobelte Mandeln dazu. Abkühlen lassen. Nun zur Bastilla. Wir benötigen dafür Filoteig, eine Art dünner Blätterteig. Auch den könnte man selber machen, aber das erfordert viel Geschick. Besser man kauft ihn fertig. Die Teigblätter mit flüssiger Butter einpinseln und vier Lagen übereinander in eine ausgefettete Springform legen. Wir geben die Hälfte unserer fantastischen Hühnermischung hinein und legen darauf wiederum vier Teigblätter. Nun kommt die andere Hälfte der Füllung in die Backform. Das decken wir mit weiteren Filoblättern ab und klappen all das, was übersteht, so in die Backform. Die Oberseite schön mit Butter bepinseln und die Form in den vorgeheizten Ofen stellen. Nach 10 bis 15 Minuten ist die Oberseite herrlich goldbraun gebacken. Stürzen, umdrehen und nochmal 10 Minuten lang backen. Aus dem Ofen nehmen und für einen süßen Touch mit etwas Puderzucker und Zimt bestreuen. Diese würzige Blätterteigtorte hat einen Hauch Süße, ist zugleich knusprig und saftig. Kurz, die muss man einfach mal gegessen haben. Das waren drei Sorten Backwerk mit drei Füllungen. Und alle lassen einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Und so leicht zu machen. Ein paar Gerätschaften sind beim Backen wirklich nützlich. Man braucht aber kein teures Küchenspielzeug. Zwei Dinge sind allerdings unverzichtbar. Ein Sieb und eine Waage. Die meisten backen heute so oft, dass sich die Anschaffung einer modernen Präzisionswaage absolut lohnt. Mit ihrer digitalen Anzeige lässt sie sich grammgenau ablesen. Sie haben auch eine Zuwegefunktion. Da kann Muttis alte Waage einfach nicht mehr mithalten. Zum Sieb. Bitte eins mit langem Stiel und zwei Haken, damit man es problemlos auf Schüsseln und Töpfe auflegen kann. Ein gutes Sieb sollte jeder haben. Es ist preiswert und beim Backen unverzichtbar. Mit diesen beiden Sachen macht Backen richtig Spaß. Und weiter geht's mit meinem Backkurs. Den Teig nicht zu lange knicken. Außerdem dreht sich alles um Milch. Die wichtigste Zutat für so vieles. Und wir wissen sie nicht zu schätzen. Wo Milch und Backen zusammenkommen, gibt es einen schönen Käsekuchen. Käsekuchen hält richtig fit. Es gibt auch beim Backen so etwas wie eine Visitenkarte. Und das ist ein guter Käsekuchen. Ich habe dafür ein tolles Rezept. Das verschlägt ihren Gästen garantiert die Sprache. Peaceful. Und was brauchen wir dafür? Natürlich allerbeste Zutaten. Das gilt für alles, was man in der Küche zaubert, ob nun gebacken oder gekocht wird. Am besten, man lässt sich vom Experten beraten. Diesmal geht's um Milch und Milchprodukte. Wer alles über Milch erfahren will, fährt am besten raus aufs Land. Da leben Menschen wie Milchbauer Charlie Ray. Seine Kühe sind allesamt Jersey-Rinder. Die wurden über Jahrhunderte auf der Kanalinsel Jersey gezüchtet. Sie gehören zur Familie. Charlie kennt sich wirklich aus. Die Milch dieser Kühe ist fettreich, hat also einen sahnigen Geschmack. Eine bessere Qualität gibt es einfach nicht. Die Jersey-Rinder sind sehr friedlich und zutraulich. Und sie hier ist mein Liebling. Sie heißt Misty und ist 17 Jahre alt. Haben Sie schon mal diese riesigen Milchlaster auf der Straße gesehen? Davon hat sie anderthalb in ihrem Leben vollgemacht. Ich denke, meine Kühe sind glücklich. Sie haben ein Dach über dem Kopf, einen trockenen Stall und so viel Futter, wie sie wollen. Je zufriedener die Tiere sind, desto besser ist die Qualität der Milch, die sie geben. Das ist eine Melkmaschine. Geh darüber. Damit haben wir den direkten Kontakt zum Tier und können jedes individuell melken. Die Milch läuft durch ein Messgerät und einen großen Filter in den Milchtank. Und fertig. Ohne Milch gäbe es keine Milchschokolade, keinen Käse und keinen Joghurt. Milch ist so wichtig für so vieles und wir wissen sie nicht zu schätzen. Es stimmt, Milch ist für viele ein Alltagsprodukt. Bei Sahne ist das schon etwas anderes. Denn damit verbindet man viele Leckereien. Kaffeesahne enthält 10 bis 15 Prozent Fett. Ist also eine fettarme Variante für leichte Desserts und Soßen, während normale Schlagsahne mindestens 30 Prozent Fett enthält. Die eignet sich für Panna Cotta, Spaghetti Carbonara, kann gekocht, steif geschlagen und eingefroren werden. Saure Sahne ist Sahne, die man mit Bakterienkulturen ansäuert. Die passt zu Folienkartoffeln und ist lecker in Desserts. Eine Spezialität der englischen Küche ist die fast butterartige Clotted Cream, die auf Scones gegessen wird. Der italienische Mascarpone ist genau genommen ein Frischkäse mit einem hohen Fettgehalt, ohne den Tiramisu einfach undenkbar wäre. Ein Quell des Lebens. Auch beim Backen gilt die Erkenntnis, weniger ist oft mehr. Ein ganz einfaches Rezept gut gemacht, findet oft die meisten Bewunderer. Ein perfektes Beispiel ist mein gebackener Käsekuchen nach Artis New York Cheesecake. Essen soll einen beeindrucken, aber oft werden gerade Desserts mit Zuckerwatte und anderem Zeug wild dekoriert. Viel toller ist es doch, wenn etwas, das einfach aussieht, umwerfend schmeckt. Wie dieser Käsekuchen. Den Frischkäse nehmen wir fünf bis zehn Minuten vorher aus dem Kühlschrank. Ganz ehrlich, Ihre Armmuskeln werden es Ihnen danken. Zucker dazu. Das ist ein Käsekuchen nach Artis New York Cheesecake, also ohne Boden. Die Frischkäse-Zuckermischung cremig rühren. Ich bin viel in den USA und leckere Cheesecakes, das können Sie da wirklich gut. Und die sind auch noch ganz einfach. Kräftig umrühren. Es hilft, wenn man die Schüssel schräg stellt. Ordentlich Luft reinschlagen. Whisk, whisk, whisk. Lovely. Schön cremig. Nun kommen Eier rein. Die Eier gibt man am besten nach und nach dazu. Das erleichtert das Unterrühren. Und? A, es wird schön schaumig. Und B, die Mischung fällt nicht auseinander. Und der Rest. Lovely. Man kann natürlich den Handmixer nehmen, aber so spart man sich das Fitnessstudio. Käsekuchen hält richtig fit. So, noch ein paar Esslöffel Mehl. Gut unterschlagen, damit es nicht plumpet. Nun die Aromen für den Cheesecake. Ich reibe frische Zitronenschale da rein. Das reicht mir aber nicht. Ich gebe auch noch ganze Himbeeren dazu. Vorsichtig unterheben, die sollen ganz bleiben. Die Springform mit Butter einfetten. So kommt der Cheesecake nachher heil raus. Die Mischung in die Form gießen. Die Form fest aufstoßen. So fließt die Käsemasse sauber überall hin und die Himbeeren verteilen sich gleichmäßig von oben bis unten. Außerdem entfernt man so auch ungewollte Luftblasen. Wir wollen ja keine Löcher im Käsekuchen haben. Nun bei 180 Grad, 35 bis 40 Minuten backen. Leicht aufgegangen. Öffnen. Das ist exakt die Farbe, die ich mir gewünscht habe. Einfacher kann ein Kuchen nicht sein. Und doch hat dieser Cheesecake Style. Und hier wieder lebenswichtige Küchentipps. Wie rollt man Teig aus? Alles mit Mehl bestäuben. Teig aufs Backbrett und mit dem Nudelholz ausrollen. Auf keinen Fall zu lange bearbeiten. Ausrollen, drehen, ausrollen. So wird's schön gleichmäßig. Drehen und auswalzen. Wenn sich Risse zeigen, einfach den Teig wieder zusammendrücken. Den Teig kräftig ausrollen, dann drehen. Bis er so dick wie eine 1-Euro-Münze ist. Ums Nudelholz wickeln. Wunderbar. Beautiful. Damit man einen akkuraten Teigrand bekommt, lässt man den Teig einfach überhängen. Nach dem Backen kann man die Kante dann ganz präzise abschneiden. Damit ein Kuchen gleichmäßig aufgeht, empfehle ich, ihn genau in die Mitte des Ofens zu stellen. Da wird er von der heißen Luft umströmt. Um zu prüfen, ob der Kuchen fertig ist, steckt man ein Messer, einen Holzstab oder zur Not eines Spaghetti hinein. Klebt Teig daran, muss der Kuchen nochmal rein. Ansonsten ist er fertig. Um beim Blindbacken die Alufolie oder das Backpapier zu beschweren, kann man Reiskörner, Getreide oder Hülsenfrüchte nehmen. Kochen kann man die nicht mehr, aber aufheben fürs nächste Mal. Wer geschlagenes Eiweiß oder steife Sahne unter einen Teig heben möchte, sollte das mit einem scharfkantigen Esslöffel tun. So stellt man sicher, dass die kleinen Luftblasen im Schaum verbleiben. Wer dran bleibt und sich von meinen Ratschlägen und Rezepten inspirieren lässt, dem garantiere ich eins. Beim Kochen kann man immer etwas dazulernen. Viele der Rezepte findet man auch auf meiner App im Internet. Los, an den Herd! Nächstes Mal geht es um Gerichte, die Ruhe brauchen. Einzeln übergießen, die Zeit muss sein. Dazu viele Tipps. Das Brot saugt wie ein Schwamm all das Fett auf. Und ein exklusiver Nachtisch. Langsam gegarte Früchte. So haben sie Feigen noch nie gegessen. So Gordon's the manager, Katie Piper's the beautician and if you believe what the posters say, Gok Wan's the staff member awkwardly holding a baby while looking at the camera. The grand opening of Channel 4's Hotel GB next Monday at 9.